Die Gaspreisbremse ist nicht trivial, das hat der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil gerade gesagt und deswegen vertiefen wir das Thema hier bei Phoenix. Wir haben eben auf die Verbraucher mehr geschaut, schauen jetzt auf die Seite der Versorger und ich möchte darüber sprechen mit Ingbert Liebing, dem Hauptgeschäftsführer des Verbands Kommunaler Unternehmen. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Liebig, lassen Sie uns ganz langsam warmlaufen. Sie sprechen auch für die Stadtwerke zum Beispiel, ganz viele Stadtwerke in den Kommunen. Warum sind die steigenden Gaspreise für die denn so problematisch? Warum machen die den so zu schaffen? Können Sie uns das nochmal erklären? Die Stimmungslage in den Stadtwerken ist zunehmend angespannt. Die Lage ist ja so wie eine Sandwich-Position. Die Stadtwerke sind abhängig von den Vorlieferanten, dass sie gesichert Gas geliefert bekommen, aber sind in der Lieferverpflichtung für ihre Kunden, für die privaten Haushalte, aber auch für die Wirtschaft, für Gewerbe, Handel und Industrie vor Ort. Und wenn die Stadtwerke jetzt zu deutlich höheren Preisen am Markt Energie einkaufen müssen, Gaspreis liegt aktuell beim Achtfachen dessen wie vor der Krise und wir haben schon viel höhere Preise gesehen, dann müssen sie sehr viel mehr Liquidität bewegen, um einzukaufen, bevor sie verkaufen können. Und viele Stadtwerke kommen inzwischen an die Grenzen der Liquidität. Die Banken geben dann keinen Kredit mehr, mit der Folge, dass die Stadtwerke auch keine Verträge mehr anbieten können für Gewerbekunden. Und das ist die größte Sorge, die wir im Moment haben, dass es damit zu Störungen in der gesamten Wirtschaft kommt. Das heißt, die Stadtwerke, die brauchen Hilfe schlicht und ergreifend. Inwieweit reichen Ihnen denn die Zusagen, die bisher gemacht wurden von Seiten der Bundesregierung, was auch mögliche Unterstützung für solche Unternehmen angeht? Das reicht bei weitem noch nicht. Wir sind in den Gesprächen mit der Bundesregierung, aber für die wirklich dringendsten Probleme gibt es noch keine Lösungsvorschläge. Und deswegen sind wir auch so enttäuscht von dem Ergebnis des Bund-Länder-Gipfels vor zwei Tagen. Denn in den vorbereitenden Papieren, auch in dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz von der vergangenen Woche, da war der Schutzschirm für die Stadtwerke, für den wir seit Monaten werben, ausdrücklich benannt worden. Jetzt heißt es aber, eigentlich wird alles durch den Abwehrschirm, den die Bundesregierung vorbereitet, ja gelöst. Aber das ist nicht der Fall. Und dann erstmal bis Ende Oktober abzuwarten und die Ergebnisse der neuen Steuerschätzung mit Verlaub, es geht doch nicht darum, ob der Bund ein paar Milliarden mehr oder weniger Steuereinnahmen hat, wenn es darum geht, die Funktionsfähigkeit der Energieversorgung aufrechtzuerhalten als Lebensgrundlage für unsere Wirtschaft. Genau darum geht es, diese Funktionsfähigkeit durch die systemrelevanten Stadtwerke in Deutschland aufrechtzuerhalten. Herr Liebing, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch nach dem, was ich schon vor unserem Interview gerade gelesen habe, dann arbeitet eine Kommission ja jetzt an der Ausgestaltung der Gaspreisbremse. Sie haben gesagt als VKU, diese Lösung, diese Ausgestaltung am Ende, die müsste praxisnah sein. Was verstehen Sie denn unter praxisnah? Praxisnah heißt, sie muss einfach sein. Sie muss umsetzbar sein. Und was eben nicht geht, ist eine Preisbremse festzulegen pro Person in einem Haushalt. Denn kein Stadtwerk, kein Energieversorger weiß, wie viele Personen eigentlich hinter einem Anschluss in einem Haushalt leben. Wenn da noch die Vorstellung kommt, das soll ja auch alles sozial gerecht sein und müsste vielleicht noch an Einkommensgrenzen gekoppelt werden, das geht gar nicht, weil kein Versorger, kein Stadtwerk kennt die Einkommensverhältnisse seiner Kundinnen und Kunden. Je komplizierter man es macht, umso fehleranfälliger wird es. Und deswegen werben wir für eine möglichst einfache Lösung. Und das heißt einen Abschlag, einen Discount pro Kilowattstunde. Sicherlich wird nicht die gesamte Masse an Mehrkosten im Gas- und Strombereich durch den Staat übernommen werden können. Soll ja auch nicht, weil auch Preissignale bei den Kunden ankommen sollen, um Einsparungen auch anzuregen, Einsparungen an Energie. Aber es gibt viele Menschen, die haben dazu gar nicht mehr die Möglichkeit und die werden mit den anstehenden Preiserhöhungen schlichtweg überfordert werden. Und deswegen geht es auch um begleitende sozialpolitische Maßnahmen beim Wohngeld durch Einmalzahlung von Heizkostenzuschlag. Da muss der soziale Ausgleich erfolgen. In der Energiewirtschaft, bei der Unterstützung bei den Energiepreisen, muss es möglichst praktikabel, das heißt möglichst einfach sein, wenn es schnell gehen muss. Und es muss schnell gehen. Wir brauchen schnelle Lösungen und schnelle Entscheidungen. Es geht jetzt eher um Tage als um Wochen. Ingbert Liebing war das, Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen zur Ausgestaltung der Gaspreisbremse. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für Ihr Interesse.